Niko, ich bin gerade im Stream und muss verkaufen. Muss verkaufen, oder? Ja. Und dafür bist du bereit, alle Hebeln bewegen zu setzen, oder? Ja. Auch Hebel, die komischerweise auch manchmal nicht bewegen gesetzt werden sollten, oder? Wieso? Was denn? Mark, hör mal. Hast du mal geguckt, auf welchen Account du gerade live bist? Nein. Oh mein Gott, nein. Den Scope 21 ist einfach übernommen. Alter, das tut mir furchtbar leid, Niko. Du hast es verbunden mit diesem Stream-Ding da. Es ist aber nicht verbunden, nein. Nein, Niko, hör auf. Sag das nicht. Na, komm mal. Das ist jetzt auf jeden Fall offline, ich habe ihn jetzt ausgerutscht. Naja, wir kommen zurück zur Uhr. Jetzt sind ja nur die Leute hier mit Geld, ne?